Das war unsere erste kleine Reise zu fünft mit dem Wohnmobil in die Sächsische Schweiz. Mutter, es wird Zeit, mich rauszulassen, aber vorher krabbelst du meinen Bauchy. Oh Mann, nee, ich sagte Bauchy. Mamke, wann gehen wir spazieren? Ja, jetzt, mach dich fertig. Gut, ich will als Erste raus. Weißt du denn, was da draußen für Gefahren auf dich lauern? Ja Mutter, vielleicht lieber mich als Erstes rauslassen. Nein, ich bin ein mutiger, stolzer Kater, ich werde zuerst gehen. Und was ist, wenn da eine Pfütze ist? Kosmos, du gehst zuerst. Ja, ist auch besser so, dann kann ich wenigstens was vom Rasen abkauen, bevor Apollo hier alles markiert. Später war Apollo an der Reihe, aber irgendwie war er nicht so ganz zufrieden. Mamke, ich glaube jemand hat hier schon markiert. Na ja, die Welt gehört nicht nur dir, Apollo. Nein, und wen sonst? Na allen. Mamke, du hast wieder zu viel Meinung für zu wenig Ahnung. Dann sind wir auch schon zu unserem Campingplatz weitergefahren, den wir kurz vorher reserviert hatten. Für die Katzen war er natürlich richtig schön, da konnten sie gut und ungestört spazieren gehen. Für uns war er nicht so optimal. Die Freundlichkeit der Gastgeber ließ zu wünschen übrig und man musste sich an bestimmten Zeiten halten, wann man rein darf und wann man wieder raus darf. Am nächsten Tag haben wir uns also einen anderen Campingplatz gesucht, aber vorher wollten wir uns noch die Bastei-Brücke anschauen. Aber als die Katzen das Wetter gesehen haben, haben sie beschlossen, dass sie doch nicht mitkommen wollen. Mamke, ich komme nur mit, wenn ich hier bleiben kann. Und wo soll deine kleine Schwester hin? Kannst du an die Leine nehmen von mir aus, aber so gehe ich nicht raus. Ich glaube, der Himmel ist wieder sehr böse auf dich. Also mussten die Katzen im Wohnmobil warten. Und eigentlich wäre ich auch lieber da geblieben, denn so schön es hier auch war, es war auch total schwül und warm und die Katzen hatten eine Klimaanlage. Während wir uns also einen abgeschwitzt haben, haben sie sich entspannt. Dafür hatten wir mega schöne Ausblicke gehabt. Mutter, diese Vögel aus dem Osten sind irgendwie frech. Ja, die haben gesagt, die wollen mich duschen. Was heißt das? Ich glaube, das heißt duschen. Ich dusche euch gleich eure Schwanzfedern. War separat von euren Ärschen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.